Hallo, das Thema Güterverkehr hat uns in den letzten Wochen in der Südpfalz intensiv beschäftigt. Und erfreulicherweise kam vor wenigen Tagen die gute Nachricht, dass sowohl die kleine wie die große Pfalzlösung vermutlich vom Tisch sind. Nichtsdestotrotz werde ich mich weiter in Berlin engagiert dafür einsetzen, dass die Bahn schneller leiser wird. Denn deutschlandweit sind viele Menschen von Schienenlärm betroffen. Wir werden dafür kämpfen, dass der Koalitionsvertrag effektiv umgesetzt wird. Wir wollen, dass deutschlandweit der Schienenlärm halbiert wird. Wir werben und arbeiten dafür, dass die Güterwagen schnell umgerüstet werden.